Heute geht es um das Thema die goldene Milch, dieses ayurvedische Heilgetränk und da möchte ich euch etwas dazu erzählen. Los geht's! Auf Instagram habe ich euch ja da schon mitgenommen und habe euch einiges gezeigt. Das Ding ist halt bei mir, vielleicht so eine kleine Vorgeschichte, wenn ihr jetzt neu hier auf meinem Kanal seid und mich noch nicht kennt, herzlich willkommen! Ich bin halt eine Frau, ich stehe so mitten im Leben, ich habe Kinder, ich habe einen Job, ich mache hier mein YouTube-Hobby nebenbei und ich mache alles alleine. Also ich habe meinen Haushalt, ich habe da nicht wirklich Hilfe und muss halt auch immer gucken, wie ich mit meinen Kräften klarkomme. Und ich glaube, ihr könnt mich alle ganz gut verstehen, wenn ihr auch so ordentlich am Limit lauft und viel zu tun habt, viel arbeitet, einfach viel schafft, dann muss man sich so kleine Helferlein holen. Und für mich, was ich entdeckt habe und tatsächlich mega gut finde, ist die goldene Milch. Vorweg ist aber ganz wichtig, ich habe mir eine Mischung gekauft. Es gibt etliche Rezepte hier auf YouTube, wie ihr die goldene Milch selbst herstellt. Also ihr könnt euch tatsächlich das in einem kleinen Glas euch selber ankochen, einkochen. Dann hält das immer so für eine Woche, euch quasi diese Grundessenz selber herstellen. Es gibt sehr viele Anbieter, die Kurkuma verkaufen. Ich würde mir das immer im Bioladen kaufen. Da ist auch eine ganz schöne Marketingstrategie entstanden. Und ganz kurz, was mir auch wichtig ist, ich möchte nicht, dass ihr euch löffelweise Kurkuma hineinschüttet. Und also, weil mein Grundgefühl ist so, wir Menschen, also wir sind ja jetzt zum Beispiel Nordeuropäer. Ich fühle mich so als Nordeuropäer, weil ich meine Wurzeln hier habe, meine Familie. Ich bin kein Südafrikaner, ich bin kein Brasilianer, ich bin kein Asiate. Und ich versuche immer die Sachen zu mir zu nehmen, die mir zur Verfügung stehen, die mein Körper am besten aufnehmen kann. Versteht ihr das? Also, ich finde das ungewöhnlich, wenn man sich das zu viel einführt. Also, ich weiß zum Beispiel, die goldene Milch machen auch viele mit diesem Ashwagandha zum Beispiel gemischt. Kann man ja machen, aber macht das nicht exzessiv. Ich mache das erstmal nicht. Für mich gibt es die ganz klassische goldene Milch, so wie die aus dem Ayurvedischen kommt. Ich habe diese goldene Milch für mich entdeckt seit einigen Wochen. Und tatsächlich muss ich bei mir feststellen, wenn ich Stress habe, wenn ich mich unwohl fühle und mir das dann anrühre, ich zeige euch auch gleich, wie ich das mache, dann komme ich so zur Ruhe. Ich weiß nicht, wenn in dem Moment, wo ich das trinke, spüre ich, dass ich mich entspanne. Ich kann es nicht erklären, woran das liegt und wie es funktioniert. Keine Ahnung. Wir wissen alle, in der goldenen Milch ist zum Beispiel Kurkuma drin. Kurkuma ist eine Heilpflanze. Die wird jetzt immer mehr erforscht. Ich lese jetzt hier mal ab, was ich gefunden habe. Im Thema Kurkuma, das ist ein über 4000 Jahre angebautes Heilmittel. Und die Inder benutzen das tatsächlich schon viele, viele Jahre. Und nach Europa ist es dann erst irgendwann gekommen. Ihr könnt das auch so als Knolle kaufen. Gibt es auch in den Biogeschäften. Also zum Beispiel kann es Nervenzellen aufbauen. Finde ich total abgefangen. Also es kann degenerative Prozesse im Gehirn entgegenwirken. Und sogar bei Alzheimer-Patienten wird mit Kurkumin geholfen. Also das finde ich so toll. Und in Krebstherapien kommt es zum Einsatz immer mehr. Bei Entzündungen im Körper, also vielleicht im Magen, Darm, Trakt, Reiz, Darm. Also ich würde das echt ausprobieren. Und ich habe bei mir jetzt tatsächlich festgestellt, ich weiß nicht, vielleicht auch weil ich weniger Stress jetzt hatte, aber ich hatte manchmal eine Zeit lang so abends so wirklich Bauchschmerzen. Manchmal so einen verspannten Bauch. Und das habe ich gar nicht mehr. Das ist wirklich weg. Ich habe keine Bauchschmerzen mehr. Das ist komplett weg. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht tatsächlich an dem Kurkuma. Es ist ein Antioxidant gegen freie Radikale. Und es kann irgendwie, wenn ihr jetzt zum Beispiel Amalgam hattet in den Zähnen und ihr lasst das entfernen, dann kann das auch helfen, dass es quasi aus dem Körper ausgeschieden wird und halt nicht den Körper beeinträchtigt, sondern das kann das halt entfernen. Und es ist ganz, also gerade bei Osteoporose ist es ein ganz wichtiges Mittel und wahrscheinlich noch sehr, sehr viel mehr. Aber alles in kleinen Schritten. Es ist kein Wundermittel. Ihr werdet das jetzt nicht nehmen und morgen ist die Welt in Ordnung. Das sind so viele kleine Schritte. Ihr müsst an euch arbeiten. Ihr müsst euch gut ernähren. Ihr müsst viel trinken. Ihr müsst euch natürlich bewegen. Ihr müsst euch von innen heraus heilen. Und wenn ihr dann noch solche Sachen unterstützt, wie mit dem Kurkuma, ich glaube, das ist mega gut. Man kann das Ganze dann ja noch pimpen. Ich weiß zum Beispiel eine Freundin von mir, die macht das noch mit Gerstengras und diesem Ashwagandha. Das habe ich mir irgendwie gemerkt, weil das aber immer irgendwie kam, dieses Ashwagandha, was aber total schrecklich schmecken soll. Also ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht probiert. Aber könnt ihr mir gerne schreiben, ne? Ob ihr das schon kennt, würde mich wahnsinnig interessieren. Das wird mein Getränk jetzt im Winter werden. Ich empfehle euch tatsächlich diese eine Tasse am Tag mit diesem Kurkuma. Und natürlich auch, wenn ihr kocht, könnt ihr das natürlich benutzen. Und ich zeige euch jetzt auch mal meine Mischung, so wie ich das mache. Ganz einfach, weil ich jetzt auch eben tatsächlich ein Produkt im Bioladen für mich entdeckt habe, was ich sehr, sehr gut und appetitlich finde. Mir schmeckt das mega lecker. Ganz wichtig, ihr nehmt da keine tierische Milch. Also da bin ich auch absolut dagegen. Ich würde eh keine Milch mehr trinken, außer ihr kauft euch wirklich eine gute Bio-Milch bei eurem Bauern um die Ecke. Na klar, dann könnt ihr das machen. Ansonsten bin ich gegen diese Kuhmilch, weil es reicht, wenn wir Käse essen, mal ein Stück. Also das ist halt wie eine, das soll man nicht so literweise in sich reinschütten. Ist so mein Gefühl. Und deshalb nehme ich total gerne jetzt Hafermilch. Ich habe jetzt mal hier als Beispiel den da. Das ist so ein, auch aus dem Bioladen, der ist natürlich auch laktosefrei. Hafer ist von Natur aus schon sehr süß, was ich gerne mag. So, und jetzt rühre ich mir immer eine Tasse Hafermilch mit meinem Kurkuma an. Und ich benutze tatsächlich diese goldene Milchmischung vom Sonnentor. Das sind hier, die werde ich mir demnächst auch einfach größer kaufen. Das war jetzt für mich eine kleine Packung, die jetzt fast aufgebraucht ist. Das waren 60 Gramm und die kosten 4,99 Euro. Das ist ordentlich Geld. Damit kommt ihr so ungefähr drei, vier Wochen hin. So einen Monat, würde ich sagen. Aber das ist es mir wert. Und für mich ist es halt so toll, weil ich habe nicht die Zeit, mir das so aufwendigst immer zusammenzurühren. Ich gehe da rein, hole mir meinen Teelöffel raus, erwärme mir das in meiner Hafermilch und trinke das. Hier ist auch tatsächlich schon der schwarze Pfeffer drin und ihr habt Zimt noch dabei, etwas Kakao, Ingwer, Vanille und Süßholz. Und das schmeckt sehr, sehr gut. Also ich kann das gut trinken, mir wird es davon nicht übel, ich bekomme keine Bauchschmerzen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ich will ja jetzt gar nicht hier so doll über meinen Körper sprechen, aber mir tut das gut. Das reguliert sehr viel. Also wenn ihr vielleicht Blähungen habt oder ihr habt Menstruationsprobleme, da hat mir das so geholfen jetzt, wirklich. Es war für mich irgendwie die Rettung und ich bin so froh, dass ich es entdeckt habe. Und jetzt habe ich eine ganz liebe Freundin, die auch Yoga-Lehrerin ist. Und die meinte jetzt zu mir noch, dass sie, dass sich auch noch ganz wichtig, wenn sie die goldene Milch macht, dann kommt da immer ein Löffel Honig mit rein. Das ist ganz wichtig, weil diese Kombination von Kurkuma und Honig, da habt ihr quasi eine mega antibakterielle gute Wirkung. Und ihr kocht die Milch nicht auf. Also wenn ihr euch diese Mischung anrührt, dann erwärmt ihr das so, dass es richtig heiß wird. Und ich habe das entweder auf dem Herd gemacht oder, was ich jetzt auch schon genommen habe von meiner Nespresso-Maschine, den Milchschäumer. Den könnt ihr auch nehmen. Da habt ihr ja dieses Gerät, was die Milch automatisch warm macht oder wärmt. Und da gebe ich meine Hafermilch rein. Dann schütte ich das in eine Tasse und rühre mir meinen Pulver da rein. Dann ist das ja sehr heiß, aber nicht kochend heiß. Also ihr zerstört damit nicht so diese Bestandteile. Und das ist ja auch wichtig für den Honig, dass der Honig soll ja nie in kochendes Wasser gegeben werden, sondern einfach, wenn das schon leicht abgekühlt ist. Und dann finde ich das ein perfektes Getränk. Und das ist leicht scharf, aber nur ganz leicht. Also es ist sogar so, dass meine Kinder immer mal einen Löffel dann kosten kommen, wenn ich das trinke, weil ich natürlich total begeistert bin. Dann kommen die immer und fragen immer auch Mama, Mama. Und meine Kleine sagt immer, schmeckt Bioladen, schmeckt nach Bioladen. Ja, es schmeckt nach Bioladen tatsächlich, aber ich finde es zu gut. Und es ist vielleicht ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr vielleicht so kleine Baustellen habt, an denen ihr an eurem Körper arbeitet, dann könnte das euch helfen. Ich möchte jetzt hier keine Wunderheilung versprechen. Also da gibt es bestimmt genug Leute, die euch das versprechen. Das mache ich nicht. Davon halte ich nämlich nichts. Es gibt ja auch tatsächlich einige große Blogger, die da sehr viel verkaufen. Also diese, die euch das anpreisen, dieses Kurkuma. Und das könnt ihr ja mal ausprobieren, ob das für euch was ist. Wie gesagt, ich würde es nicht literweise in mich reinkippen. Ich würde tatsächlich auf so eine Gewürzmischung vom Bioladen zurückgreifen. Das ist auch irgendwie für mich, ich fühle mich da irgendwie so safe. Versteht ihr das? Ich tue mich jetzt schwer, so tütenweise irgendwo Kurkuma herzubestellen. Das hat für mich auch schon so was Übertriebenes. Ja, ich weiß nicht, das ist auch nicht mehr so gut dann, wenn ich da jetzt mir so ein halbes Kilo Kurkuma irgendwie bestelle. Aber wie gesagt, das macht jeder, wie er möchte. Das ist jetzt auch nicht irgendwie schlecht natürlich. Das könnt ihr ja selbst entscheiden. Aber für mich war jetzt gut, einmal diese Mischung und welche Mischung ich jetzt auch noch gefunden habe, die ich auch richtig gut finde. Das ist auch von Sonnentor und das ist die Geschmacksrichtung Ingwer. Und das ist ein bisschen abgewandelt. Da ist nämlich zum Beispiel auch Muskat noch drin und Ingwer. Da ist jetzt kein Vanille und auch kein Kakao drin. Das ist herzhafter, das ist schärfer, das ist nicht so süßlich oder so angenehm für mich zu trinken, wie das andere mit dem Vanillegeschmack. Aus dem könnt ihr auch übrigens diese Paste herstellen. Da steht hier ein gehäufter Esslöffel mit Kurkuma, Milch, 30 Milliliter Wasser verrühren. Dann köchelt man das so lange, bis diese Paste entsteht. Das könnt ihr auch mit dem direkt machen. Könnt euch aber auch natürlich die einzelnen Bestandteile selbst zusammen mischen. Also das macht ihr einfach, wie ihr wollt. Für mich ist es immer sehr einfach und sehr praktisch, im Alltag einmal kurz mir schnell das zu erwärmen und einzurühren und dann zu trinken. Ihr könnt ja im Internet mal suchen, was ihr so viele Sachen findet. Schreibt mir mal gerne auch eure Erfahrungen. Ich weiß, das war bei Instagram ja, eine Welle ging da über mich los, weil irgendwie alle die goldene Milch kannten, nur ich nicht. Und deshalb war ich so begeistert auch davon. Und mir haben tatsächlich sehr, sehr viele Frauen geschrieben, dass sie es lieben, dass sie auch teilweise selber sich das anmischen, so wie das eine bestimmte Bloggerin vorgibt. Die hat das sehr gut beschrieben und die erklärt das sehr viel. Da wird aber auch sehr viel versprochen. Ich kann euch jetzt nicht versprechen, dass dann alles gut wird. Das wird so nicht sein, weil ich glaube, wir haben so eine innere Selbstheilungskraft. Und ich glaube, das kann man vielleicht damit ein bisschen aktivieren. Aber das könntet ihr auch mit einem anderen Getränk vielleicht schaffen, wenn es jetzt nicht gerade Cola ist oder Bier. Ach, vielleicht mit Bier weiß ich nicht. Nein, aber versteht ihr mich, wenn ihr euch quasi so das Gefühl gebt, ihr tut euch einmal am Tag was Gutes. Und ich glaube, so dieses kleine Ritual, sich diese goldene Milchmischung anzurühren, das ist, glaube ich, schon so das Entscheidende. Und dass man sich dann mal kurz so die Ruhe nimmt. Aber ich glaube, für stillende Frauen, vielleicht auch für werdende Mütter, für alle, die im Stress stehen, wenn ihr Kinderwunsch habt, dann würde ich sagen, macht das. Würde ich echt ausprobieren. Und das ist was sehr Heilendes. Und ich vertraue da tatsächlich auch auf diese alte Tradition, auf dieses Ayurvedische. Das hat mich ja total geflasht. Deshalb wollte ich euch das auch heute unbedingt einmal vorstellen. Und wie gesagt, ich freue mich mega, wenn ihr mir eure Erfahrungen schreibt. Also ob ihr das schon kennt, ob ihr euch das selber anmischt, ob ihr das vielleicht auch so wie ich kauft von Fertig, von Sonnentor zum Beispiel. Das ist jetzt eine Marke, da gibt es bestimmt noch viele andere. Ich würde nur immer darauf achten, dass es eine Bio-Qualität ist und vielleicht dann auch direkt im Bioladen kaufen. Es gibt ja jetzt in fast allen Städten mittlerweile Bio-Geschäfte, wo ihr die Sachen kaufen könnt. Das habe ich ja auch so gemacht auf dem Land. Und ja, es tut einfach wahnsinnig gut. Das war heute mein kleiner Ausflug in die zur goldenen Milch. Mal von der anderen Seite, weil ihr findet auf YouTube ja ganz viele Videos, einfach wie das Zeug hergestellt wird. Aber ich wollte euch einfach mal jetzt so meine Erfahrungen berichten, wie ich damit klarkomme. Und vielleicht kann ich die ein oder andere damit inspirieren, das auch mal auszuprobieren. Und wenn ich euch damit etwas helfe, dann ist ja alles gut. In meinem nächsten Video werde ich einige Fragen beantworten, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ja, da sind einige schöne Sachen dabei herausgekommen. Und das sind auch manchmal ganz schön private Fragen, aber ich versuche trotzdem, die zu beantworten. Es wird dafür also ein Video geben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr mich gern kostenfrei abonnieren. Ihr könnt natürlich die Glocke aktivieren, dann werden euch immer alle meine Filme angezeigt. Dann bekommt ihr immer einen kleinen Hinweis. Bei Instagram könnt ihr mir folgen. Da bin ich auch sehr aktiv und zeige euch auch immer so Sachen, die ich schon mache. Und einige werden von euch auch wissen, dass ich die goldene Milch jetzt schon längere Zeit trinke. Weil wenn ihr mir da regelmäßig in den Storys folgt, dann habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen. Ja, also ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.